Und da sind wir wieder. Hier ist der Nachts in Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 1134. Ausgabe. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid, jetzt wo Ostern vorbei ist. Und ich weiß nicht, wie ihr Ostern verbracht habt, aber bei uns ist es Tradition, man verbringt Ostern zum einen Teil in Familie, aber zum größeren Teil mit Freunden. Und das haben wir dann am traditionellen Osterbrunch heute in Hamburg gemacht. Allerdings im Garten, da das Wetter bombastisch war. Wahrscheinlich auch bei euch, denn ganz Deutschland war ja heute unter einer Schönwetterglocke. Und dann sitzt man da zusammen, isst vom Mittagessen angefangen bis zum Abendbrot gemeinsam, futtert die ganze Zeit, stopft in sich rein und kommt natürlich so auf die verschiedensten Themen zu sprechen. Und eins war auch angerissen von einem Nachtzug nach Hamburg-Hörer, der gemeint hat per Kommentar, dass diese ganzen Payback-Punkte-Sammelgeschichten sich nicht lohnen. Er war ja in der 1131. Ausgabe vom Nachtzug nach Hamburg Thema. Und er meint, nein, Payback lohnt sich nicht, das dient nur den Unternehmen zur Marktforschung rauszufinden, was kauft man und wo kauft man das, aber man selbst hat von den paar Punkten nichts. Und deswegen möchte ich gerne mal die Frage zurückgeben, welches Punktesammelprogramm lohnt sich? Oder was lohnt sich am meisten? Wenn man bei Lufthansa zum Beispiel Miles und Moor Punkte sammelt, da sammelt man manchmal jahrelang, bis man da mal einen Freiflug bekommt. Ich habe gehört, dass es bei Air Berlin sehr viel schneller gehen soll, wenn man da Punkte sammelt. Aber es gibt ja noch mehr. Es gibt Happy Digits, es gibt Club Smart Punkte, die man bei Shell sammeln kann. Und ich möchte von euch gerne wissen, welches Punktesammelprogramm rechnet sich? Wo bekommt man mal was Nennenswertes zurück? Was Vernünftiges ausbezahlt? Nicht irgendwelchen dusseligen Prämien, die man besser gleich in den Müll wirft, sondern Sachen, die ernsthaft Wert haben und die nicht erst nach 10 oder 20 Jahren des Sammelns zusammengekommen sind. Und das könnt ihr mir gerne mal mitteilen. Und dann sitzt man da so und jeder spricht natürlich oder fragt auch seine Freunde, ob sie ihm für bestimmte Sachen mal helfen können. Da geht es mal um den kleinen Umzug, der zu machen ist. Oder mal um den Computer, der neu aufzusetzen ist, weil er nicht mehr so will. Aber da ging es auch noch um ein Thema und das möchte ich euch jetzt ein bisschen näher bringen, denn niemand hatte eine richtige Hilfe für mich. Ihr wisst ja, oder ihr wisst es vielleicht nicht, aber solange Simi in Kolumbien ist, bin ich der Pate für Simis Vespa. Dieser Motorroller aus Italien, diese rollende Legende kann man fast schon sagen. Und diese Vespa, die in meiner Obhut ist, die ist leider nicht betriebsbereit. Da ist neulich beim Antreten der Starterhebel abgebrochen und ich möchte sie reparieren lassen. Aber viele Hamburger Werkstätten, die reparieren Vespas nicht mehr, wenn die in den 60er Jahren gebaut worden sind. Und Simis Vespa ist wirklich so eine ganz, ganz alte. Und deswegen habe ich heute so in die Runde gefragt, ob jemand einen Freak kennt, einen Vespa-Freak, der wirklich mit Herzblut und Liebe diese alten Mopeds repariert, aber keiner kannte einen. Aber immerhin, sagte einer, frag doch mal deine Hörer. Und das möchte ich an dieser Stelle tun. Ist unter den Nachtzug nach Hamburg Hörern oder Nachtzug nach Hamburg Hörerinnen jemand, der in Hamburg einen Vespa-Bastler kennt? Ja, einen echten Freak, der so ein altes Ding wieder auf Vordermann bringen kann, dass es wieder fährt. Ich würde nicht nur herzlich Danke sagen für sachdienliche Hinweise, sondern auch einen springen lassen. Richtig einen ausgeben für den oder diejenige, die mir hier ernsthaft weiterhelfen kann. Also eine Vespa-Werkstatt oder einen Vespapastler, der uralt Vespas, die über 40 Jahre alt sind, wieder in Schwung bringt. Das würde nicht nur mich, sondern wahrscheinlich auch Simi im fernen Kolumbien richtig sehr freuen. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören. Für den Speicherplatz auf euren Gerieten. Ich sage Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Wünsche euch für morgen einen guten Start in die neue Woche. Nach den Feiertagen, kleiner Trost, das ist ja eine kurze Woche mit einem Tag weniger. Und dann hören wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Euer Raiko. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Is Was Dog. Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Is was Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.